so da bin ich klar ich habe jetzt einen Häcksler gefunden aber der scheint doch automatisch zu haben Hecksler angekoppelt nach Raton von 27 Schwertransport und zwar von Page nach Raton ein Forst Häcksler so sieht der aus und da bin ich mal gespannt das soll die Erfrungschaft sein transportiere glaube ich 11 Forstholzzeile irgendwas da bin ich mal gespannt ob der das zählt hier Forst Zeilkran ja gucken wir mal ob wir den Heil an kriegen aber der fährt langsam war ich jetzt das ist schwer ja naja aber so schwer ist der doch nun auch nicht da sind gerade mal 27 Tonnen ich habe da schon schwerere Sachen gehabt Spezialtransport ist irgendwie nichts da muss man anscheinend da irgendeiner Stadt sein wo das da möglich ist also 105 hätten wir eigentlich auch ich wollte auf Trucks nehmen können ja aber auch mal Amen. Fast 600 Meilen, naja, das ist für eine Errungenschaft Jagd hier, das ist da so ein bisschen weit, ja. Aber da steht 60.000, ich weiß nicht, ob ich das schon hatte, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ich weiß nicht, ob ich das schon hatte, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ich weiß nicht, ob ich das schon hatte, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ich weiß nicht, ob ich das schon hatte, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ich weiß nicht, ob ich das schon hatte. Ich muss 500 oder so, das sind 600 Meilen, das ist ja so. So viel, ja. Ich weiß nicht, ob ich das schon hatte. 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 Es war, ich weiß nicht, ob ich das schon hatte. Ich weiß nicht, ob ich das schon hatte. Ich weiß nicht, ob ich das schon hatte. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, ich muss nicht tanken. Nein, ich habe 900 Meilen und ich brauche ja bloß noch 236. Ich durfte eigentlich weisen. Weisen. Schon wieder bing. Oh. Oh. Jetzt dauern auf mich. Äh. Steh mal wohl auf. Ja genau. Das ist das Tor. Da ist immer noch offen. Da schafft man das mit 90 nicht. Hätte ja klappen können, ja. Jetzt ist es wieder helle. Hä? Da hinten war eben dunkel, jetzt ist es wieder helle. So, jetzt haben wir wohl unsere Standardstrecke. Ja. 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 Da hat das jetzt helle. Ich dachte, das wird jetzt dunkel. Oder wie? 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 wie? Oder wie? wie? Oder wie? wie? Oder wie? Oder wie? Oder wie? Oder wie? oder wie? 3 Uhr? 3 Uhr 3 Uhr 3 AM. Das ist ein Tag, oder nicht? Schrauber. Ne, hört sich so komisch an. Hab ich Platten? Farmington. Hey, da muss ich hin, oder? Hab ich da nicht schon? Nach Atom muss ich da, nicht nach Farmington. Achso, Farmington rechts abbiegen oder so. 47.000 Dollar. Na ja, gucken, ob ich die Bock gehe. Jetzt krieg ich einen cooldown, neun Minuten. Was für ein Glück, dass ich jetzt da bin. Okay. 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 Ich habe jetzt auch die Mülltonne mit hier. Ich habe jetzt auch die Mülltonne mit hier. Na gut, schick. Baumfeld 7 von 8. Super. Forst Hexler.